Es gab zwei Bühnen für Musik, eine für Poetry Slam, einen sogenannten Markt der Möglichkeiten, Fressbuden, Getränkewagen und so weiter, alles was ein Festival braucht. Wir haben euch einen kleinen Eindruck des Bergneus Festivals zusammengestellt. Im Moment gucken wir zu, wie Kevin den Gabelstab heile lässt, das Mietauto heile lässt und ungefähr geschätzte 700 Kilo auslädt. Wir bauen nämlich jetzt eine Bühne, eine 360-Grad-Bühne, die die Jugendlichen sich überlegt haben. Also eine Bühne, die in alle Himmelsrichtungen schallt. DJs und Hip-Hop-Acts exklusiv und das Ding wird ein 4 Meter breiter, 4 Meter tiefer und ungefähr 4,50 Meter hoher Trümmer mitten auf dem Platz sein. Das wird das Wahrzeichen dieses Festivals. Wir sind auf dem Bergneus Festival, dem Jugendkulturfestival in Bielefeld, organisiert von Jugendlichen für Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren. Ich sprühe das Schild für die Pultry-Bühne, die Herr Zuckerwattenbühne, weil wir geplant haben, dass wir neben unserer Bühne einen Zuckerwattenstand haben. Es werden ein paar Leute auftreten, die ich so kenne. Ein paar berühmtere von Pultry-Stamps, vielleicht kennt man Christin Kiltsch und ich trete auch auf und Tiara und Frieda. Aufstehen! Vorsichtig jetzt, Richtung! Vorsichtig! Lea, Box mal ein paar Dinger rein. Eingang, fertig, abgehakt, nächstes Thema. Tagesziel mehr als erreicht, wir sind ein ganzes Stück weiter und unser Ziel war, bis 23 Uhr wird Lärm gemacht und wir sind Lärmfertig. Genau jetzt. Und jetzt haben wir Uhrzeit. Fertig, höre ich gerade. 22, 22. Bombenzeit. Ich möchte jetzt, dass wir alle einmal alles tiptop aufräumen, weil dann muss derjenige, der Nachtwache macht, heute Nacht nicht so viel im Auge behalten, was irgendwie bewegt werden könnte. Weil das hier ist alles safe. Ich möchte jetzt, dass wir jetzt nicht so viel im Auge behalten, was wir jetzt nicht so viel im Auge behalten, was wir jetzt nicht so viel im Auge behalten. Es sind ja alle, die hier helfen auf dem Platz. Pferdmarke für Pizza und gratis Getränke. Weißt du, wie das läuft? Nein. Wen ich da fragen muss? Also, Arne. Arne? Ich bin jetzt auf dem Platz für dieses Festival. Werde mit dem Präventivteam in den Blauen Leibchen auf dem Platz unterwegs sein und ansonsten für alles Ansprechpartnerin, was so passiert und was koordiniert werden muss. Und ansonsten werde ich mich kümmern, so Leute, die uns unterstützt haben, die hier aufs Festival kommen, also zum Beispiel von der Bertelsmann Stiftung oder von Radio Bielefeld oder so Sachen, dass ich mit denen ein bisschen kontakte, dass ich die ein bisschen rumführe. So ist fertig. Okay, bei Space Band Ninja habe ich Erkan Kiskin, das ist ihre Begleitung. Ja, wie habe ich? Paula Longo. Ja. 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 Da sind Siegel und Blablablums und da sind... Da ist alle drei, ne? Ja. Die werden schräg. Okay. Hi. Wie ist das? Ja. Okay. Also, ihr könnt eure Sachen, ich sag jetzt erstmal grob, ihr habt ja kein Kavajon, da könnt ihr noch ein bisschen nach links gucken, aber sonst kommt erst mal drauf mit. Diese hier dürfen überall rein und raus, diese hier mit grün. Das Gelände ist jetzt freigegeben. Ja, wir haben das drin. Wolltest du nicht schon immer mal reich, berühmt, beliebt sein? Gefeiert werden und Autogramme geben? Das will doch so gut wie jeder. All das kannst du sein, kannst du schaffen, ganz alleine. Ganz egal, was du trägst für eine Last. Gib dich selbst nicht auf, lass deine Ketten fallen und tu, was du tun musst, um zu leben. Lass deinen inneren Superhelden frei, egal, ob du auch mal fällst. Schließ mal die Augen, hör mal auf dein Herz, schöpfe Kraft und Mut. Eine schlechte Note in Mathe, mit dem Freund getrennt, Haus brennend, nicht im Trend, zu oft verpennt. Egal, es gibt immer Tiefnotöne in deinem Leben. Du brauchst keine Superkräfte, du bist du und das reicht, um ein Held zu sein. Danke. Wir sind hier auf dem Festival Bergneus und wir sind vertreten hier unter dem Projekt Beats for OWL, Street Workout Bielefeld. Wir machen hier Sport mit dem eigenen Körpergewicht und versuchen so über diesen Sport Jugendliche zu animieren, von der Straße quasi wegzukommen, um sich einfach körperlich zu betätigen und auf den richtigen Pfad zu kommen. Wir nutzen ausschließlich unser eigenes Körpergewicht, zusätzlich Zusatzgewichte. Da machen wir auch Weighted Calisthenics. Aber prinzipiell brauchen wir keine Geräte, keine Maschinen. Wir nutzen nur unser Körpergewicht, also Liegestütze, Klimmzüge, Handstand etc. Wir sind hier von der Arbeitsgemeinschaft Zwangsarbeit. Auf dem Johannesberg hier waren im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeiter, über 1000 Zwangsarbeiter, die hier auf diesem Gelände in Baracken gewohnt haben. Da gibt es dort vorhin, wir haben, wie der Platz umgestaltet wurde. Vor einigen Jahren haben wir dafür gesorgt, dass dort ein Denkmal steht. Da sind auf einer dicken Betonplatte fünf Bäume eingesperrt als Symbol für junge Leute. Die waren alle ungefähr 14 bis 18 im Alter wie ihr, die hier mehrere Jahre Zwangsarbeit leisten mussten. Und deshalb sind wir hier. Wir sind angesprochen worden, weil bekannt ist, nicht überall, aber es war bekannt bei der Stadt natürlich, dass hier so etwas gab und deshalb gehören wir ein Stück zur Historie dieses Platzes. Und wir bezwecken damit, dass wir das euch, die ihr es vielleicht noch nicht wisst, auch näher bringen, die Erinnerung an diese Zeit. Und dass der Platz auch nicht nur ein Festivalplatz war, sondern auch ein Platz, wo Menschen sehr gelitten haben. Und vor allen Dingen in eurem Alltag. Ja, also mein Name ist Daniela Doppeit, ich bin vom Jungen Rotkreuz des Kreises Abandes-Bielefeld. Wir haben hier heute einen großen Stand aufgebaut mit einer Fotobox, wo die Jugendlichen Fotos machen können. Sie können mit unseren Simulationsbrillen ein bisschen ausprobieren, den grünen Star und solche Sachen kennenlernen. Sie können sich Wunden schminken lassen und eben auch an Verbänden üben. Mega cool, ich war bis jetzt bei den zwei Hauptbühnen, quasi bin ein bisschen hin und her gependelt. Ich finde es Hammer, es sind gute Künstler, ich freue mich, dass das so geklappt hat. Genau. Das war ein bisschen, oder? Musik Kommt nach ganz hinten, kommt nach ganz nach vorne! Scheißegal, ob ihr nass werdet, das lohnt sich! Auf jeden Fall! Musik Und bei der Poetry Slam-Bühne war ich noch gar nicht, tatsächlich. Da freue ich mich drauf, da gleich hinzugehen. Es regnet jetzt leider zu stark, sodass wir das leider abbrechen müssen. Für die Künstler, die jetzt leider nicht mehr auftreten können, tut es mir sehr leid und für die Zuhörer auch. Aber das geht einfach nicht mehr, auch mit der Technik nicht. Und die Leute, die noch nicht aufgetreten sind, kriegen natürlich auch noch eine Zuckerwatte. Ja, es tut mir leid. Musik 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 Musik